Wir sind fast wieder im Zeitplatz. Ich stelle vor, mit der Startnummer 76, Manuel Ruguero vom Smash Fitnesspark aus Schondorf. Mit der Startnummer 77, Lukas Lipp, Warehouse Jim Wainer, Startnummer 78, Marco Lipp, Startnummer 80, Steffen Endres, Evolution for Esklapp, Startnummer 81, Jan Müller, Heavyweight Jim Wittborn. Und die Startnummer 82, Christian Lipp, Powerhouse Jim Wainer. Viertel Drehung nach rechts. Viertel Drehung zurückgelegt. Eine Hand mit der Hüfte. Viertel Drehung nach rechts. Viertel Drehung zurückgelegt. 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 Offen drauf. Man 먼저 Sieg 3 über 181. Dann kommen wir jetzt zur letzten Klasse.